ich bin kauffrau für versicherung finanzen für die barmenia versicherung und arbeite seit vier jahren bei der barmenia das ist für mich so ein beruf da blühe ich drin auf jeden tag neue kunden zu erleben oder kunden schon lange kenne wo ich dann wieder hinfahre mit mir darüber reden die vertrauen haben dieses gefühl dass dieser kunde mich in dem moment brauchen dass ich ihm helfen kann dass ich die wünsche ziele von kunden aufnehmen und dafür produkte finde die dazu passen jeder mensch brauchen andere lösung wir machen nicht nur eine versicherungsberatung wir finden auch andere lösungen die barmenia und ich wir können kunden sehr viel service bieten und wir sind für den kunden da wenn er uns braucht melden sie sich bei mir per e mail telefon oder kommen sie direkt ins haus ich würde mich freuen und alles gut